Doch, jetzt geht's. Hallo. Hi. Ich begrüße euch. Ich auch. Zwei mal. So, wir kommentieren wieder eure Kommentare. Und zwar geht's heute um dieses Video. Ich habe euch auch gebeten, reichlich Kommentare zu schreiben. Und dieses Vokabellernvideo, ich glaube, das war das erste dann mit den wichtigen Wörtern, was wir halt wissen sollen, ja, nein, bitte, danke und so weiter. Und da wollte ich einfach eure Meinung mal haben, wie taugt euch das? Ist das so okay? Habt ihr andere Vorschläge? Ja, und das sind eure Antworten nun zu sehen. Der Jen schreibt, gute Geschwindigkeit, ich kann gut folgen und nochmal vielen Dank dafür. Jen, bitte, bitte, sehr gerne. Und, ja, freut mich. Ich meine, bei der Geschwindigkeit versuche ich ja immer irgendwie so rum, dumm zu quatschen, dass ich irgendwie noch, dass das länger da stehen bleibt. Aber, ja, ist halt. Klappt wahrscheinlich auch ganz gut. Nächster Kommentar. Ich gehe dann mal ein Heft und einen Stift kaufen. Das ist ein guter Ansatz. Der Badersohn. Das ist unser Oberösterreicher. Ah, okay. Gut, er ist kein Oberösterreicher. Aber er ist ein Oberösterreicher. Ja, gute Idee. Ich komme demnächst dabei, ich weiß, wo du wohnst. Und dann werde ich mir mal anschauen, wie weit du schon alles mitgeschrieben hast. Jetzt bist du unter Druck. Okay, ich schaue mal weiter. Die kleine rote Hex schreibt hier, gut, ich mag Grammatik gar nicht. Hört es sich richtig an, ist es am besten. Asante. Es ist kein Swahili-Kurs. Sage ich immer wieder dazu. Es ist ein gemeinsames Vokabel lernen. Jeder von uns lernt verschieden. Die einen so, die anderen anders besser. Ich mache das jetzt so, wie ich es am besten verstehe, lerne. Also bei mir ist es halt so, ich kann die Leute verstehen, um was es geht, was die reden. Ich kann mich auch verständlich machen, was ich von den Leuten will. Das Ganze auf Swahili. Da stimmt die Grammatik hinten vorne nicht, was ich da mache. Es interessiert aber auch keine Sau hier. Und das kommt alles mit der Zeit. Du hörst immer mehr und sprichst immer mehr. Und dann kommt auch diese zeitliche Geschichte. Der Plural stimmt dann auf einmal wieder. Aber das dauert halt alles ein bisschen. Nur ich wollte halt schnell verstehen, um was es geht. Da waren einfach diese Wörter zu wissen ganz gut. Ist für uns die bessere Methode, haben wir festgestellt. Es gibt sicherlich andere, die anders besser lernen. Gut. Dann haben wir Angelika, die schreibt hier, Asante-Sahner, Karibu-Sahner. Kleine Beispielsätze wären vielleicht interessant, wenn das Vokabular größer wird. Ja, das ist auch so geplant, dass es Beispielsätze gibt. Es werden auch Videos kommen mit Beispielsätzen. Entschuldigung, mit der Erkältung, das ist echt schlimm. Also haben wir eigentlich auch schon angefangen, dass wir immer irgendwie zu einem Wort-Beispielsatz dazu liefern. Ich habe ja auch geschrieben, ja, ich kann das machen. Dann schreibt der Globo lieber drauf. An dieser Stelle sollte klar werden, warum das A im ersten Wort stimmlos, das S im zweiten Wort aber anscheinend stimmhaft ausgesprochen wird, woran ich zweifle. So, ich weiß heute schon ein bisschen mehr, aber... Welches Wort war das? Ja, eben genau. Oliver, wenn du auf einen Kommentar eine Antwort gibst, geht jeder davon aus, dass du die Antwort auf den Kommentar gibst. Und das Einzige, was sie gemacht hat, war Asante-Sahner, ansonsten war da nichts dabei. Und von daher ist das jetzt nicht ganz klar, war es irgendwas im Video? Ich meine, da wäre es schön, wenn du dazu schreibst, du, ja, bei Minute 7.05. Oder aber, ja, du schreibst jetzt nicht den Kommentar oder gibst jetzt nicht eine Antwort auf den Kommentar. Das ist natürlich ein Problem. Und davon ist mir jeder hier ausgegangen. Ich habe dann ja auch gefragt, ja, wovon hat hier eigentlich gesprochen? Angelika hat nur Asante-Sahner geschrieben und nicht gesprochen. Oder irgendwo falsch geantwortet, da habe ich dich ja gefragt. Vielleicht hast du das irgendwo, kann ja mal passieren, falsch wo reingetan. So, jetzt schreibt der Oliver hier drauf, nein, es geht um die Aussprache im Video. Gut. Damit ist erstmal klar, es geht hier nicht um diese Antwort. Hast du genuschelt? Ich nuschel immer. Meine Frau sagt das immer so. Und hier sehe ich jetzt, da hat die Angelika drauf geschrieben. Also, ich habe mir das Video nochmals angeschaut und kann beim besten Willen kein stimmloses A entdecken. Und wie kann ein A überhaupt stimmlos sein? Meines Wissens können nur Konsonanten stimmlos sein. Zum Beispiel das H in der französischen Sprache. Jetzt schreibt der Oliver drauf. Come on! Tippfehler. Das ist doch offensichtlich. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, er hat einen Tippfehler gemacht oder gehabt. Passiert öfters, ja. Passiert mir auch. Jetzt fragt die Angelika, welcher Tippfehler bitte? Und dann kommt von mir natürlich noch ein Kommentar. Warum schreibst du dann das Antwort auf Angelikas Anliegen? Das war jetzt einfach der Kommentar, weil ich nicht verstanden habe, warum da auf Antwort gedrückt wurde. Und dann habe ich das versucht zu schlichten und habe, er meinte wohl seinen Text. Er hatte H gemeint, aber A geschrieben. Ja, bei dem, wo er vorher erzählt hat, stimmloses A und so weiter. War ich jetzt der Meinung, dass es vielleicht daran liegen könnte, wollte das Ganze ein bisschen schlichten. Und dann kommt, oh, jetzt wird es anbiedernd. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ich habe A statt S geschrieben. Danach richtig S. Sollte meines Erachtens transparent sein. Also ganz ehrlich, Oliver, da ist gar nichts transparent. Der Kommentar von A, also Angelika wahrscheinlich, bezog sich auf das Video von S. Meins. Das ist auch bei meinem Kommentar der Fall gewesen. Es geht um Asante Sana. Also doch. Also doch Asante Sana. Ganz ehrlich, ich blick es nicht so wirklich durch. Tippfehler ist möglich, weil die beiden Tasten sind nebeneinander. Ja, der Tippfehler ist auch nicht so schlimm, finde ich. Nur dieses Kauderwisch, das Durcheinander, da wo keiner mehr weiß, um was geht es überhaupt. Das finde ich jetzt, ja, macht jetzt nicht wirklich Spaß. Das sehe ich nicht an kleinen Kartenaufhänger. Spaß, ja, das wird leider so. Gut. Sagen wir mal so, großes Missverständnis, egal. Nächstes. Der Ralf schreibt hier. Vor Ort, mach du. Vor Ort lernt man eine Sprache besser. Jetzt aus der Ferne ist es noch komplizierter. Doch komplizierter. Ist es doch komplizierter. Ja, hat er recht, ja, natürlich. Also ich habe Saheli angefangen mit zwölf Jahren und auch aufgehört mit zwölf Jahren, weil wenn keiner mit dir spricht, was willst du denn da machen, ja. Gut. Der Klaus, guter Aufbau und erklärt weiter so. Ja, Klaus ist bekannt dafür, dass er mich lobt. Der ist unkompliziert, der Mann. Der ist flexibel. Ja. So. Klaus, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich versuche es weiter so zu machen, aber ich versuche es trotzdem ein bisschen zu verbessern noch. Christiane schreibt hier. Santer, Santer, Stefano. Ich hoffe, dass der Santer war diesmal das okay richtig beschrieben. Ich muss das richtig vorlesen. Ach, mei. Gut. Ein gutes Tempo, auch um sich Notizen machen zu können. Mit Stopps nach Teilerklärungen. Deine kurzen Erklärbeispiele sind genug, um den Zusammenhang besser einordnen zu können. Vielen herzlichen Dank, Christiane. Viele der Worte habe ich schon mehrfach gehört. Umso besser. In Zukunft kann ich sie zuordnen. Ist vermutlich schwieriger, im höheren Alter eine Sprache neu zu erlernen, als mit 15. Allerdings, ja. Das stimmt tatsächlich. Ich habe da auch so meine Schwierigkeiten. Du ja auch. Ja, niemals aufgeben. Nee, tun wir auch nicht. Und Lala Salama. Tja. Schlafe friedlich. Eben. Na, Bebe, Pia. Gut. Die Barbara schreibt hier. Finde es gut. Weiter so. Danke. Kurz und bindig, ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Sehr schön. Haben wir noch was? Oh, das geht noch viel weiter. Ach, warte. Was ist das? Dein altes Thema. Vielleicht erst mal lernen, wie man Tansania korrekt ausspricht. So, erzähl mir doch mal, wie spricht man denn Tansania oder Tansania oder wie spricht man das richtig aus? Ich sage, wie ich es sage. Ja. Tansania. Gut. Und ich sage es mal so und mal so. Ich sage es mal auf die deutsche Version und mal auf die Originalversion hier. Und es ist tatsächlich so, dass hier sprechen die Leute von Tansania. Du hörst hier ganz, ganz selten das Wort Tansania. Das hörst du nur von Leuten, die so aus dem Kenia-Bereich kommen. Ja, oder aus Ruanda auch zum Teil, Uganda. Die kommen tatsächlich und sagen Tansania. Aber eigentlich ist das mehr Deutsch als Original. Also die Leute hier sprechen ganz einfach Tansania aus. Und das macht die Präsidentin so, das machen die im Parlament so und das machen die in den Nachrichten so. Und ich glaube schon, du kleiner Hobbit, ich glaube schon, dass die wissen, wie sie ihr eigenes Land aussprechen. Aber vielleicht müssen sie erst mal in Deutschland um Genehmigung fragen. Aber es regt sich keiner auf, wenn man es falsch sagt. Hier? Nee. Hier regt sich kein Mensch aus. Du kannst Tansania sagen, du kannst Tansania sagen. Du kannst eigentlich, du kannst sogar bei den, wenn du im Festland irgendwie von der Stadt redest, von Tanganyika sprechen. Das interessiert die gar nicht, auch wenn es eine uralte Bezeichnung ist. Nur Deutsch-Ost-Afrika, das mögen sie nicht. Gut. Die Katharina schreibt, wie schön, dass wir Anita und dich gestern persönlich kennenlernen durften. Ihr seid so liebenswerte Menschen. Ui, Butter, Butter, Zorn, Wohli. Dank deines Kanals konnte unser Urlaub hier in Tansania perfekt starten. Wir freuen uns schon auf die Scary-Tour mit euch am Freitag. Na gut, die ist ja schon vorbei. Die hat man schon. War schön. Jederzeit wieder. Hat mich... Auch nicht für euch gelernt zu haben. Absolut. Muss man wirklich sagen. Hat Spaß gemacht. Jo. Also, schöne Grüße an den... Darf ich den Namen wieder nicht... Darf ich ihn gar nicht sagen, oder? K.H. Schöne Grüße. Und ich hoffe, dass wir uns wirklich bald wieder sehen. Aber hören können wir uns ja noch. Wir haben ja noch die WhatsApp-Nummern. Gut. Dann haben wir hier die Rita. Was ist da oben? Ah, kommt sie. Dann haben wir noch die Rita. Hallo Stefan. Danke für deinen Versuch, uns etwas beizubringen. Ich finde es gut. Versuch ist gut. Ich versuche ja mir selber erstmal was beizubringen. Ein Vorschlag. Wäre es möglich, zu den Wörtern auch deutsche Übersetzung zu schreiben? Dann merkt man es sich besser, weil es noch mehr visuelle Assoziationen bietet. Falls es geht und nicht zu viel Platz im Bild einnimmt. Wir möchten ja schließlich auch dein nettes Gesicht sehen. Also jetzt ganz ehrlich, bei den Vokabeln ist mein nettes Gesicht absolut Nebensache. Brauchst du nicht? Und ja, ich kann das machen. Ich mache das auch schon jetzt. Also die Videos, die ich jetzt gerade mache mit der Sprache. Ich produziere ja immer so ein bisschen vor. Aber die Videos, die ich jetzt gerade mache, also die haben das schon mit drin. Da sind dann schon ein bisschen mehr Informationen drin. Auch Deutsch und Sahelie nebeneinander oder untereinander. Also das geht und finde auch ein sehr guter Vorschlag. Jetzt soll wieder mehr Schreiber weiter. Aber ich finde es trotzdem ein guter Vorschlag. Machen wir, Rita. So, dann haben wir den Oliver wieder. Der Ansatz ist wirklich sympathisch. Als Mensch vom Fach, was Fremdsprachenlernen betrifft, muss ich aber sagen, dass dieser Ansatz kaum einen pragmatischen Nutzen haben wird. Muss er auch nicht. Da du ja ein Fachmann bist in die Richtung, warum schaust du dir das an? Lass es doch einfach weg. Erspart dir das und dann hast du da weniger Probleme damit. So, die Videos von Stefan, so, da kommt jetzt die Angela, die Angelika, die schreibt dann drauf, die Videos von Stefan sollen ja kein Sprachunterricht sein, richtig, sondern einen Einblick geben in eine Sprache, die uns Europäern völlig fremd ist, richtig. Wer mehr will, sollte sich entsprechend Angebote auf YouTube ansehen. Ja, das oder Lehrer nehmen oder wie auch immer. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt kommt etwas, was ich eigentlich schade finde, dass wir immer auf die gleiche Art und Weise diskutieren. Das tut mir einen Gefallen. Da gruschelt es so komisch, weil wir zu dunkel haben können. Das wäre lieb. Danke. Jetzt geht es dann los mit dem, sich gegenseitig da immer wieder ein bisschen fett zu machen. Und das muss eigentlich nicht sein, von keinem. So, sorry Angelika, das hat Stefan selbst anders angekündigt. Einen Einblick könnte man ja leicht auf Wikipedia bekommen, wo es zu Kiswahili und zu Bantosprachen allgemein gute Übersichten gibt. So, gut, über Wikipedia kann man jetzt verschiedener Meinung sein. Bei Sprachen mag es funktionieren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie reingeschaut in die Richtung. Ansonsten finde ich Wikipedia eins der beschissensten Einrichtungen, die die Welt je gesehen hat. Sehr manipulativ und gerade im politischen Bereich auch. Aber gut, wie gesagt, bei Sprachen kann das funktionieren. Ich habe da keine Erfahrung und kann deshalb auch nichts sagen dazu. Was mich hier ein bisschen stört ist, das hat Stefan selbst anders angekündigt. Das hat der Stefan nicht, Oliver. Der Stefan hat nicht angekündigt, dass wir hier jetzt den großen Sprachkurs machen und ihr anschließend, das Beste ist Vahili lernt. Das hat der Stefan nie gemacht. Okay. Gut, und ich habe das auch nochmal bestätigt hier dann schriftlich. So. Ja. Und dann kam von der Angelika wieder. Das habe ich anders verstanden. Ich habe sie auch anders gesagt. Im Übrigen ist Wikipedia sicher nicht die beste Quelle, um sich mit einer Sprache vertraut zu machen. Wie schon erwähnt, es gibt super YouTube-Kadele für diejenigen, die Sprache intensiv lernen wollen. In diesem Sinne, also mehr Anzeigen. In diesem Sinne, das habe ich jetzt nicht gemacht. Habe ich übersehen. Wie gesagt, ich habe mit Wikipedia keine Erfahrung. Ich weiß es nicht. Und es gibt YouTube-Kadele sicherlich auch, die das, jemand der es kann. Warum soll das nicht ein toller YouTube-Kanal sein? Ob die jetzt alle offen sind, das weiß ich nicht. Ja, und dann schreibt der Oliver wieder. Nicht die beste? Sicher. Ansonsten muss ich hier klar widersprechen, als jemand vom Fach. Sehr viele Wiki-Artikel liefern einen richtigen guten Einblick in Sprachen. Die Lexik, umgangssprachlich, Vokabular oder Wortschatz genannt, ist die einfachste Ebene einer Sprache. Also die einem am wenigsten helfen kann, eine Sprache im Kern zu lernen. Übrigens sind die erwähnten YouTube-Kanäle selten zielführend. Also sie hat überhaupt keinen YouTube-Kanal erwähnt. Von daher weißt du das gar nicht, was sie meint. Und im Kern zu lernen, da magst du sicherlich recht haben, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass wir irgendwas im Kern lernen, sondern ich habe gesagt, wir üben Vokabeln. Wir machen nur Vokabeln, sonst nichts. Vokabeln sind Wörter. Und ob du das jetzt nicht pragmatisch genug siehst oder ob du das jetzt als falschen Ansatz siehst, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, mir scheißegal. Es geht ja nur darum, Vokabeln zu lernen. Jeder kann das ja auf seine Art und Weise machen. Und es gibt hier Leute, die haben Lehrer, ich kenne hier Leute, die haben Swahili-Lehrer und sind sehr zufrieden damit. Ich kenne hier auch sehr viele Leute, die haben sich Swahili-Lehrer geholt, zahlen einen Haufen Geld und können außer Bitte und Danke. Bitte können sie schon einmal Danke und zwei Begrüßungen. Mehr können sie nicht. Und das dann seit einem Jahr. Also es ist halt sehr verschieden. Und es ist auch sicherlich so, dass der eine lernt es halt mit dem Lesen besser, der andere braucht Geschichten dazu. Peter, Paul und Mary, du kennst den auch. Und jeder braucht so seine Art und Weise. Und ich zeige hier nur meine Art und Weise auf. Und bisher ist es so, dass es ganz gut funktioniert. Ich kann zwar nicht perfekt sprechen, aber dafür verstehe ich, was hier gesprochen wird und kann mich auch verständlich machen. Das reicht ja. So, jetzt schreibt der Oliver noch. Ach, nochmal was? Go, gut, Mensch. Alles so gut. Okay, gut. Muss man jetzt nicht kommentieren. Weiß ich auch nicht, was er genau meint damit. Ich bin dann immer zu alt für sowas. So, die Angelika. Nochmal. Hallo Stefan. Auch wenn ich einen Kommentar auf andere YouTube-Kanäle zum Lernen von Swahili hingewiesen und versucht habe, dem Mann oder der Frau vom Fach etwas entgegenzusetzen, finde ich dein Engagement total klasse. Dankeschön. Du machst das sehr gut. Und für einen Einstieg in Swahili ist das super. Ja, siehst du, manche können damit etwas umfangen und manche halt nicht. Ich habe dir ja schon geschrieben, du kannst hier jederzeit, wenn du willst, einen Link dazu einfügen, wenn du da einen guten Kanal hast. Ich bin selber, ich schaue mir den selber dann ganz gerne nach. So, dann haben wir noch, oh Gott, nicht das zu lange wieder. Best for all. Was sagt ihr? Ich freue mich, im Mitte Januar und im Februar bei euch zu sein. Smiley. Willkommen, Smiley. Ja, kann ich jetzt nur nicht sagen. Ich gehe davon aus, Arusha meinst du? Ich gehe auch davon aus. So, die Heike schreibt hier, hallo, ich finde das Tempo und auch die Erklärungen gut, freue mich schon auf das nächste Video. Viele Grüße. Heike, vielen Dank und viele Grüße zurück. Ja, die nächsten Videos sind ja schon durch, schauen wir dann später mal, was da noch für Kommentare kommen. Gell? Okay. Gut, du sagst zu wenig wieder. Sag dann, was die Regina sagt. Die Regina sagt, cool, jetzt kann ich mein Wörterbuch erweitern, danke. Du hast deine Brille auf. Ja. Und wie süß ist das dann vielleicht? So klein ist es. Tragst du neue Brille? Ja. Macht das scheiße. Werden wir suchen. Ja, danke Regina. Kann man, ja. Genau darum geht es, das Wörterbuch zu erweitern. Gut, dann haben wir die Silvia, die schreibt, super Stefan, deine Lehrmethode finde ich echt toll. Freue mich mit dir weiterzumachen. Silvia, ich freue mich auch mit dir weiterzumachen. Ja, das tönt ein bisschen an, solche Experimentare. Und ja, weitere sind ja schon gekommen und es werden noch mehrere kommen. Jeden Montag, einfach Montag reinschauen. Heute ist Montag. Heute ist der Verkehr dran, richtig. So, dann haben wir den Detlef. Ich lebe immer so circa sechs Monate in Watamu, in Kenia und lerne seit einiger Zeit Swahili. Also, Kiswahili. Dein Lehrstil ist gut und macht Spaß. Dankeschön. Es ist zwar eigentlich kein Lehrstil, aber ich finde es trotzdem sehr nett, dass du das so... Weil es weiterhelfen ist, ist gut. Ja, genau, weil es weiterhelfen ist, ist gut. So, nochmal Detlef. Das ist, glaube ich, der letzte Kommentar. Leichte Korrektur. Stark vereinfacht, Präfix nah, steht für Gegenwart. Li und Mi für Vergangenheit und Ta für Zukunft. Ich wird mit Ni zum Ausdruck gebracht, aber in der Gegenwartsform oft weggelassen. Beispiel, ich mag Bayern. Nina Pender, Bayern. Bayern. Jetzt in dieser. Ja. Ja, Nili Pender, Bayern. Nili Pender, Bayern war Vergangenheit. Weiß ich eigentlich alles. Danke auch für den Hinweis, das ist gut. Nur, wie gesagt, das sind für mich so Regeln, die ich noch nicht einführen möchte, sondern das mit den Seiten wollte ich später machen. Aber das ist okay, es ist alles richtig und... Ja. Eigentlich auch schön erklärt, muss ich sagen. Besser wie das ich mache. So, und jetzt lassen wir die Hunde jaulen und über 20 Minuten schon wieder, das reicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten. Wir kommentieren irgendwas Video und... Kommt dann an einem Mittwoch und jetzt sag ich mal, ciao. Tschüss. Quaheri. Angeberin. Schaltet es aus. Ja. Und dann sieht man dich nicht mehr. Weil die Leute sind ja froh, wie es mich sind. Die wollen dich ja gar nicht sehen. Geh ich aus dem Bild. Boah. Jetzt geht die einfach. Ich muss ja nach. Bis dann. Ja. Ja.